Servus, du bist vor ein paar Wochen nach Halmstetten gegangen. Warum? Ja, ich wollte wieder spielen. Da bin ich gerade in letzter Zeit bei Unterachem nicht zum Zug gekommen. Und Halmstetten hat gleichzeitig angefragt. Regionallig ist super. Da habe ich jetzt eine Chance bekommen und will mich durchsetzen und spielen wieder. Da gibt es schon zwei richtig gute Stürmer. Ein Bläser und ein Neumacher. Konkurrenten? Ich sehe sie eher nicht so als Konkurrenten, sondern eher als Sub-Mitspieler, mit denen ich zusammenarbeiten werde. Und das werden wir zu dritt schon schaffen. Wenn man von Unterachem kommt, hat man schon einen Anspruch zu spielen, oder? Ja, natürlich. Ich gebe hier mein Bestes und will natürlich spielen. Und ein Rekordnetor schießt mit Halmstetten, klar. Was ist so fußballerisch dein Ziel? Du warst jetzt schon in der dritten Liga, hast unter Herrlich auch viele Spiele gemacht. Jetzt lief es gar nicht mehr zuletzt. Ja, ich glaube, es hat ein bisschen mit dem Trainertausch zu tun gehabt. Aber egal, ich muss mir selber am Nasepack weiter Gas geben, dass ich wieder in der dritten Liga spiele. Ich habe noch Vertrag bis 2014 im Unteracheng. Und jetzt werde ich ab dem halben Jahr hier Gas geben und dann werden wir weiter schauen, wie es heute geht. Wenn du nach dem halben Jahr hier in Halmstetten erstmal wieder fertig bist, was möchtest du deinem Trinklern dann sagen, was du hier erreicht hast? Ich möchte einfach bloß hier meine Leistung abrufen und zeigen, dass ich in der dritten Liga auch spielen kann. Super, perfekt. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.